So, we got the Wrestlemania XI Arena. Nice. Jetzt sind wir bei Wrestlemania XII. The Undertaker vs. Diesel. Alles klar. Ah, das war doch Taker mit der Maske damals. Ich hab die Story aber nicht... Okay, ich hab die Story aber nicht ganz durch. Lachen ja in den Schoksen. Der Diesel truck, bei dem Namen der Undertaker, könnte einfach mal über Big Daddy Cool hier an Wrestlemania. Es kann nur passieren, meine Damen und Herren, an Wrestlemania. Ich muss sagen, Big Daddy Cool. Es sieht aus, dass er ziemlich gut ist. At least für den Momenten. Ich bin sicher, The Undertaker's been playing some mind games, aber es hat nicht funktioniert. Und hier ist der Moment, Accompanied by Paul Miller, von Death Valley, weighing 358 pounds, The Undertaker! Wow! Look at that face, JR! What a ghoulish figure! Well, we're only minutes away from finding out the Battle of the Monsters here. The 7-foot Big Daddy Cool Diesel going one-on-one war the Venom, The Undertaker. Look at the size of that guy! 6'10", total 328 pounds! This matchup is likely to be one of the more physical contests we've ever seen at Wrestlemania. Very physical! This, unquestionably, is the greatest challenge for The Undertaker. The Undertaker perhaps has never met a man quite like Diesel. A man who could very well plant The Undertaker six feet under. A man Schwartzial rứng in Die des nota die a gl Z de flour Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wachter ja genau bei mit der hatte noch gar keinen Fischer ja wie wär's wenn da jetzt was passiert ja wie mit sich hat sich irgendetwas das jetzt kommt das müssen wir schnell wieder einholen hier es war eigentlich so gut für sich gemacht und danach doch so ein Scheiß passiert ah nein das wollte ich gar nicht was der hell so hat er schon wieder die Signature ich glaub es nicht wie der genau das war ich vergiss es nicht sehr schön nein ah goddammit oh man noch Glück gehabt das war ja mal echt genau wie der Chokeslam BAM ist noch den Tombstone und dann war's das hoffentlich zugemist mal guck was der noch so drauf hat mit 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 Boah! Bäm! Ah! Schon? Nein, Mann! Vergiss es! Nicht diesmal! Es kommt der Tombstone und du bist DONE, Mann! Nein, Mann! E-Dead! Boom! Two... Three years taken me! Was? Nein! Du verarschst mich gerade! Nein! What the hell is going on here? Wirst du mich verarschen? Boah! Das gibt's doch nicht! I-Dead! Das kann's doch nix sein! Oh shit! Damn! Da hab ich es essen! Jetzt will er mich wiederpinnen, dieser Fisch! Hey! Ich werde gleich! Ich glaub's nicht! Ja, natürlich! Jetzt gibt er auch noch an! Boah! Nixer! Bäm! 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 Okay, that was it! Steh auf! Kassier was du verdient hast! Verdient! Verdient... Verdient hast... und verfrig... Bäm! So! Und jetzt? One! Two! Three! Endlich! Das war's. One and only Phenom, The Undertaker.